naja das ist ja deine das ist dunkel so klingt meiner aber wenn man bei mir auf dem schoß der was mein kater ist aber dass du kater hat ja gar nicht gesehen der ist nicht hier der wundere schwiegermutti von meiner freundin freigänger ist ein freigänger und der hat es da drüben bisschen besser wenn wir den hier haben würden da hatten wir angst dass er hier auf die straße rennen ja das ist der grund warum ich meine auch bei mir eine wohnung lasse und deswegen da drüben da kann er rumrennen da da passiert nichts der kennt das revier da da lassen man da ja das ist okay ist ja trotzdem sozusagen unserer ja ich habe ja meinen auch bei mir noch in der wohnung sitzen eigentlich haben wir zusammen zusammen vier ja da sind wir wieder unserem reich ja aber warte mal ich konnte also das ding ist aber voll also bei mir ist der mund grau ich kann nicht ja ich habe schon und dann bin ich nur gerade haben wir nicht im hellen aufgehört ich glaube ja aber habte vielleicht davor gespeichert muss noch dunkel war ja kann sein da müssen wir halt im dunkel ein bisschen ran und hier oben sind die wände schon fertig ja interieur ist auch schon was ja aber ich bin draußen solche schuldet hausboot anbauen mit dem richtigen am steg also wir haben einiges geschafft auf jeden fall mein gruppentherapie zimmer ist auch fertig geworden gut der gruppentherapie zimmer dann hier das versammlungszimmer wo man geheime pläne ausschmieden kann auf knochen und weltherrschaft oder was das sowieso das weiß ich komme gerade dazu da habe ich mich tatsächlich umgeguckt ich war nur ein schumjektiv weil sie ganz sind der tisch ist aber ein bisschen klein der reicht ab an den runden tisch so so wie war die welt heute du musst erstmal alles laden hier ist noch gar nichts die halbe mauer ist noch weg so Leute wie viele beine wollen wir heute essen ich bin dafür den ganzen grillteller genau hier fehlen die snacks auf dem tisch hier fehlt der teller mit den zähnen so als snack kennen die schon die neuen inseln getrocknete zähne zum knabbern ja schön mit gehärteten Fußnägel hallo wir klammern hier eingeborene weg ja da klammern auch mal zum stück den fuß weg ja und mit den langen zähnägeln kann man sich die zähne das fleisch aus den zähnen kochen das wollte ich eigentlich gerade sagen aber dann hätte ich was am kopf gekriegt sie meinte gerade nur die Fußnägel kannst du nehmen damit das fleisch aus den zähnen so hier draußen ist schon wieder große Verwandlung mit einer kleinen Gruppe und zwei großen jetzt träumst du wieder davon da gehen wir morgen Fuß essen ja meine Freundin hat vorgestern vom Döner geträumt und alles drum und dran ja ich habe schon wieder das wieder da müssen wir sind ja es hat sich ist tot es gibt noch bilder in der gruppe in der ddc first gruppe da steht drin wie diese vier überhaupt eigentlich heißen ich habe diese gebärende heißt diese wäre das war ich ja oder so ja das ist ja dieser kaum man ja genau aber die haben mittlerweile gebärende heißt also virgin ja ja virgin ja wird ja richtig eingeschoben für seine schöne frau ja bei youtube er nennt zum beispiel diesen rennertyp immer beppo das finde ich immer ganz witzig aber die haben ja alle viele namen sind ja auch offiziell oft bekannt also durch unter anderem halt mit muschi klaus und galoppel heizen die namen stehen ja also der offiziell halt auch so ein bisschen der der grunk ja den so gegeben ich habe diese sogar tatsächlich ist immer wikipedia mit drin es ist auf jeden fall gerade einer wieder in die falle gegangen und so großer geht ja schon wieder gut los hier heute das ist ein bisschen aufpassen wir die stein nicht dass sie wieder oben rüber gehüpft kommen ja ich bringe auf das mal oben drüber also einer von den großen die sich die auf jeden fall schon tot ja so eine legion in der falle da auf jeden fall ist ein ganz großer so eine gebärende auf jeden fall noch dabei und da hinten ist immer noch ein kleiner also ich sehe noch so 23 ungefähr dass ich traue ich mich gerade auch nicht raus zu gehen was habt ihr ja gemacht was habt ihr zum explodieren gebracht ich glaube sie hat gerade das feuer kaputt gemacht eigentlich muss ja tatsächlich überhaupt kreativ zu spielen also ohne diese ganzen feine und alles drum und dran muss ja die story einmal durch zu durchziehen ja man kann sehr kreativ modus freischalten ich habe jetzt das einige gefragt haben ist auch jetzt klar heimlich repariert sind ja welche sehr wieder sehr sauer oder sehr ungerig also schreibt zumindest groß die führung momentan kann man nicht raus die andere wieder weg gemacht dass er weiter wir haben weiter gebaut in der letzten zeit wo du nicht da war es ja aber hier hinten war doch eigentlich auch mal so ein protest ding ist wahrscheinlich noch nicht geladen weil da noch keiner war okay ich gehe da gerade hin aber jetzt okay okay jetzt sehe ich ja ein hausboot stimmt hier rum ich war da hinten steht irgendwas also hier rechts laufen gerade zwei rum einer mit einer lampe einer steht hier vorne rum mit kreuzen ich weiß nicht wo der jetzt gerade genau ist hier müsst ihr da oben sehen die steht hier vorne bei mir auf der höhe ja die habe ich schon ein paar mal angebrannt aber die wollen einfach nicht sterben der steht hier immer noch vor mir ist das ein feiner ist das insekten typ wird langsam hell das ist sehr gut dann sieht man vor allem wieder ein bisschen mehr was aber ich weiß nicht ob ich den jetzt so eine habe ich auf jeden fall weg für zweite ist habe ich keine ahnung wo der jetzt gerade verschwunden ist so einer müsste jetzt wieder in die falle dran sein hier das ist gut dass es wieder hell wird eigentlich auch komplett abreißen die ist ja total sinnlos also wenn ihr meint es ist sinnlos dann haut die raus auf klar kein problem diese hängen falle diese schwingen falle hier wenn ihr meinen die muss weg dann haut die weg mein gott also ich habe da wir müssen aber die gebäude zerstörung erst anmachen weil ich was an da ist an dann haben wir die mal weg und danach kann es ja wieder aus so 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 okay ist an da sieht aus so 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 der roh hase wenn ich ja so wieder den menschen um den nächsten punkten setzen eigentlich kann das an feuer gegrillt werden wo sind denn meine ganzen dinger hin hier meine naja meine statuen sage ich mal meine kopf ich glaube ich habe bahn gezündet auf jeden fall so als weg wackeln kann sein steht hier noch ja aber ich hatte mir ich habe ich habe zwei angezündet oder so also ist jetzt gerade nicht ausfällig soll da eigentlich nachher noch eine etage auf das haus drauf oder so ist das dann gewesen dann macht wie ihr das für richtig halt wenn ihr meine maul sondern der tasche drauf dann haut man doch einfach die etage drauf also baut wie ihr da lust und laune habt gottes willen ich lasse euch da freie hand ich frage jetzt aber sonst könnte man ja diese diesen laufsteg noch ein bisschen weiter ziehen und dann eventuell nachher auf dem dach enden lassen dass man dann auch noch hoch kann oder so ne haut ruhig doch was drauf wenn ihr da Lust habt also wie gesagt ich bin aber wenn ihr meint es reicht so dann macht das dach drüber gut ist aber dann müssen wir mal gucken was wir noch machen und alles drum und dran was können wir denn noch verbauen neben dem außerdem haus und wenn man wir können jetzt ja noch ein bisschen weiter die ja so in den wald rein hier hinten ist ja noch weiter ich habe jetzt hier innen auch auf dem turm gesetzt dass man einmal komplett rumrennen kann ich meine wir können ja hier außen noch mal ein bisschen was setzen so ein paar baumhäuser oder so vielleicht bei der baumhäuser müssen wir dann aufpassen dass wir dann die räume da nicht aussehen abholzen ja da hinten ist auf jeden fall minimum ein großes direkt vor mir und eins läuft müsste ich weiß noch nicht wo da hinten sind läufer ja komm herriger macht man hier das tor zu da leck mich doch am arsch ja ja genau ich bin mal wieder irgendwie dezenter boden weil sie dann wieder alle kamen ich kann ja dir schlecht helfen wenn ich angegriffen habe ich auch nicht behauptet irgendwie dass das ist glaube ich reingegangen ich setze dich mal hoch da ist aber irgendwo was rein ins haus ja ich wollte reingehen und es mir eins leider befolgt dass ich vielleicht auch ganz weit weg auswählen ich bin mir ja auch jetzt kommt meine freundin nur kurz an die tür ja das ja so gut wir müssen baumstäbe sondern vor allen dingen mal fett action heute gewesen ich sehe drei oder vier leute drei vier davor herumlaufen hier mal die mauer ein bisschen erweitern ja ich wusste mich gerade mal komplett verziehen weil diese gerade da wo ich jetzt bin an den forum hier unter mir sitzen sie ich habe uns ja besonders lieb heute das war meine eigene schuld ich bin runter gefallen von oben ich wollte mich nach vorne gehen und mit einer quasi runter gefallen hier sind vier leute um mich rum er hängt genau über die große sonst habe ich mich jetzt noch mal durchschlagen wieder ich habe jetzt mal die hälfte fast voll ja tot jetzt wird gestorben ja das ist halt leider so jetzt ich habe das hunger finden was zu essen vor allem habe ich jetzt ohne was zu essen hier drin gesessen jetzt auch mal was trinken ja ich versuche ich jetzt gleich durch zu schlagen wieder so habe ich hier ist natürlich sehen nicht alter wer rastet denn da unten so aus von den kleinen liegt als würde der irgendwas zu matsch der bollert hier vor den turm ich höre so mal zurück zu kommen genau gerade wo ich die monotor anzünden rennt er natürlich weg ist ja klar jetzt mal todesmutig runter aber es lebt noch ich bin schon bald wieder da also von hier oben in den winkel zu finden wo du die auch siehst dass du dir auch abwerfen kannst du ja teilweise teilweise schwierig ja genau das ist mir gerade auch einfach zum verhängnis geworden der ist tot jetzt seid ihr da dran jetzt wollte ich nicht werfen weil sonst brenne ich euch noch an ja sind die jetzt alle tot das ist leider der große dispawn jetzt habe ich hier einen brennenden monotor in der hand und niemand startet den abwerfen stecken doch wieder ein das nächste mal so gewittern ja aber die dinger wenigstens voll ja genau zumindest bin ich fast wieder da ich sehe jetzt gerade die hängebrücke ja vielleicht doch wieder da ja 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 So, jetzt muss ich mal meine Leiche noch finden. Ich bin hier vorne nicht gestorben, okay. Ich gucke mal, ob ich ein paar Rehe kriege. Ich habe mein Zeugs gesammelt, gefunden. Das ist einfach meine eigene Blödheit. Ich bin einfach runtergefallen oder irgendwie. Keine Ahnung. Ja, bei diesen Hängebrücken ist das so, wenn man da Zaun beispielsweise dran macht, dass man da nicht runterfällt, kann man da nicht mehr drüber schießen. Okay. Weil dann da so eine Art innen unsichtbare Wand ist, ne? Ja. Ich fülle mal gerade mit so einem Medizinschränkchen wieder auf. Ich habe ja so ein bisschen was mitgebracht. Sehr gut. Ich suche mal ein paar Rehe. So. Alles fürs Wohlbefinden, ein bisschen Alkohol, ein paar Pillen. Bisschen was fürs Wohlbefinden zu finden. Alkohol, Pillen, ja. Alles, was wir brauchen, was für eine rauschende Party da ist. Ich sag ja, mit dem Zinschränkchen. Nur das Beste. So. Der Zinschränkchen ist schon wieder voll. Wunderbar. So. 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 Wunderbar. Ah, das ist cool, wie ein Bliard. So. 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 So.